So meine Damen und Herren willkommen hier zurück zu einer neuen Runde von Portal hier auf dem wunderschönen Kanal von Manus of World. Ich muss gerade mal hier rüber gehen, genau so. Ich wollte gerade sagen, dabei ist wieder Bytes und wir werden hier unseren kleinen Spaß haben, aber wenn das hier ein bisschen zu schnell geht, habt ihr da ja Pech, denn wir kennen diese Level schon. Ja. Ach genau, das war ja jetzt das. Jetzt musst du das glaube ich machen, oder? Ja, so, so und jetzt nochmal rüber. Loll. Ja, das Ding muss nämlich jetzt hier rüber. So. Du hast es gar nicht rüber gehen, brauchen, so war es gewesen. Das Ding ist jetzt hier drauf und dann ist das Ding hier offen und jetzt musst du rüber gehen und das Ganze machen. Wow. Ja, wir machen hier einen kleinen Speedrun raus. Wir hatten diese Sache nochmal im Livestream schon gemacht, aber ich dachte mir so, ja, wir haben den Part hier beendet gehabt und... Oh Gott. Warum sollten wir das jetzt nicht hier noch machen, weil immerhin... Die Aufnahme bändet. Und der Part kommt auch sehr, sehr gut an. Oh. Du musst es da hinmachen. Ja, ich habe viel Grad was gedrückt gehabt, kann sein, dass das Ding was war. Also, Co war diese Animation. Wir haben uns gerade sowieso nicht mehr in die Steuerung gerade reingefasst, deswegen ist es ein bisschen komisch gewesen. Und... Hi. Schwupp, hallo. Und, da geht's. Ja, ähm... Okay. Ach nee. Ich weiß, das Level auch noch, glaube ich. Aber wir waren das gleich. Da musst du es, glaube ich, auffangen. Oh, da war... Das war hier, und dann da hinten, warte. Ich mal, ich, ich jump dann. Ja, also, das wird hier eigentlich, who is to is, ein kleiner Speedbar. Ja, warte mal. War das überhaupt ein Handy? Nein, hier oben, hier oben. Ach so. Hier, und da, da. Da bist du hier losgesprungen. Ja, genau. Dann hier hinten drauf. Was überhaupt? Ach so, jetzt springst du... Jetzt springen wir beide, oder was? Ja, warte, ich geh rüber. Okay. Ähm... Hi. Hi. Warte, ich versuch... Ah, ich hab's geschafft, ich bin draußen. Wer ist denn das geschafft? Mache, spring du einfach, ich versuch das zu timen, warte. Ach, du heilige Makaroni, Alter. Ich glaub, das war hier. Was war das gewesen für eine Taste? Äh, eh, zum Aufheben. Sehr gut. Hä? 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 Das sind... Okay. Ja, eh, aber... Das kann einen kleinen Moment dauern. Ähm... Ja, wir machen das sehr, sehr gut. Du musst irgendwie, wenn ich dort hinten bin... Alles läuft wunderbar. Ja, ich weiß, ich weiß es grad nicht mehr, wie geht das, was zu spät. Das ist viel zu früh. Ne, doch, was? Lol. Ab, ab, ab. Das ist ja wirklich ein Speedrun, Alter, da haben wir richtig lange gebraucht. Im Leustrüm. Ja, das ist ja mal was wirklich... Weil wir wussten ja nie, wo... Ähm... Äh, wir müssen... Hä? Wir müssen da rüber. So... Nein. Ich bin drauf. Oh, hat das grad geleckt. Glückwunsch vor Anschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Ja. Warum auch nicht. Hä? Kann es sein, dass wir jetzt mehr Gesten haben? Dadurch, dass wir mehr gemacht haben? Ähm... Könnte ganz gut möglich sein. Ich weiß es nicht. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Ha, ha, ha. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Oh, nein. Nein. Mach mal nicht. Blue, du bist das beste Roboter-Modell. Oh, mein, welcher Höhe landet mir da oben? ...de die Entwickel-Mapathie-Science je eingestellt hat. Genau, ich mach da und ich mach da. Ja, wo bin ich... Hä? Was? Aber, das war zwar oben. Wir müssen jetzt gleichzeitig springen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht... Ja, ich treff's. Das wird... War das so hoch? Nee, viel zu hoch. Guck mal meine an. Oh. So, warte. Und... Warte, ich muss hier hinten hin. Drauf! Das wird trotzdem was, das wird was. Ah, das kann ich nicht. Ah, das Ding! War... Ah, 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 nein! Ähm... Da war da oben und da war das. Dann viel Spaß beim Sterben. Hä, da passiert gar nichts, oder? War das nicht das Ding eigentlich, wo man durch... Äh... Hä? Ich hab gedacht, man kann jetzt einfach durchlaufen, dass wir... Warte, warte, nicht gehen. Ah! Nein! Jetzt. Du musst... Du musst... Du musst hier... Ach, genau so war das. Gott, wie wartest du noch? Ach, scheiße, war... Du musst ja noch... Du musst nach unten... Machen wir mal unten das Portal? Das müssen wir noch mal gucken. Genau dort... Du springst jetzt noch raus. Du musst... Du musst runter springen und dann springst du drüber. Das hat aber letztes Mal... Irgendwie ja nicht mehr geklappt. Wie haben wir denn? Hä? Das war recht spielsam. Mach so. Das hat ja funktioniert. Ja. Jetzt muss ich erst mal warten, bis sie wieder durch sind. Ja. Ich finde es aber lustig, wie... Wie es sich das hier durchspiegelt, dass man das dann alles so sieht. Mhm. Finde ich richtig, richtig nice. Null. Ich bin oben... Ja, reinspringen ins Loch. Rein in dein Loch. Ja, ich hab's... Okay, ich hab's geschafft. Kleiner Speed dran, oder? Dafür haben wir extrem lange gebraucht, für das Level. Ja, irgendwie schon. Ach, das ist das Level, okay. Den Cube braucht man jetzt nicht mehr, oder? Äh, nimm dir... Doch, nimm den mit, ich weiß auch wieso. Hä? Ne, braucht man nicht. Sag doch, ich hol den. Warum? Ja, weil du musst den Würfel dahin schleudern, dass du dahin kommst. So hab ich zumindest letztes Mal gemacht. Ich glaub, das geht auch ohne. Ach, wir müssen jetzt hier durchspringen, genau. Einer springt, dann muss einer durchgehen. Und genau so war das ja jetzt. Ich lass einfach den Würfel jumpen. Bam, bam. Und jetzt renne ich da schnell hin. Ja, also es ist... Hust, hust, hust. Die Sache, wie es jetzt erlaubt ist. Hust, hust, hust. So, äh, das ist jetzt das letzte Level, was ich jetzt im Moment mache. Und, ähm, ja, du springst da drüber, dann ist das ja so drüber gesprungen. Ach, du Heiliger. Dann musstest du das auffangen. Glaube ich. Ja, genau. Na, warte, 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 stopp. Du musstest ja hier noch mit so einem Cube, musst... Ach nee, ist das später. Ja, ja, der kommt hier raus. Du musst ja hier dagegen fliegen. Und du... Ja, ich flieg da neben und... Also ich jump in das blaue, du jumpst in deins. Also du machst eins dahin, eins da unten. Und dann musst du den Würfel aufsammeln. Aber ich muss als erstes reinspringen. Ich sag dir dann, wenn... Du hast als erstes? Nee, ich als erstes? Weil der Cube, der steht, das ja dann um. Äh, ich weiß... Ich weiß es gar nicht. Wir springen einfach gleichzeitig, okay? Ja, okay. Und... Das war jetzt nicht gleichzeitig. Ja, aber ich glaube, weil ich... Genau, weil der Cube, der muss ja jetzt erstmal noch durchkommen. Ja, genau. Genau, also ich muss als zweites. Genau. Äh... Du musst, glaube ich, jetzt sterben, oder? Und das geht wo? Und wie? Ähm... Ah, nee, passt schon. Hallo. Hallo. Leider, der ist mal unten. Genau, du als zweites. Ich finde es geil, dass man auch mit Tab die Position des anderen sehen kann. Mhm. So, ich spring jetzt. Okay. Und du musst los. Oh, ich hab's nicht getroffen, oh mein Gott. Ach, nee. Das war komplett dumm. Ja, gut. Was bist du denn jetzt nicht drüben gelandet? Ich warte, bis der erste Cube durch ist. Und sobald ich eigentlich durch bin, kannst du, glaube ich, losspringen. So, dann müsstest du eigentlich... Echt? Ich sollte vielleicht nach unten gucken. Du musst auch mal das Loch treffen, okay? Nur weil du im echten den das nicht kannst. Alles klar. Das war viel zu spät. Du musst sagen, wenn ich jumpen muss, das hab ich gerade erlaubt. Ich hab ja gesagt, du musst jumpen, wenn ich eigentlich drüben gelandet bin. Ja, ich sehe, das... Das muss ich nach oben gucken und dann... Achso, gut. Dann sag ich dir jetzt Bescheid. Jetzt. Nein, ich... Oh, ich sterbe. Hab ihn. Und ich bin gestorben. Alter, fliege ich mal nicht tief. Ich mach schon mal den Ventilator aus. So, und jetzt musste man hier drüben und nochmal hier unten. So. Jetzt muss ich hier durch, muss irgendeinen Knopf, glaube ich, bitte. Nee, du musstest sie durchschießen. Du musstest sie doch hier irgendwo durchschießen. Ja, ich weiß es, ich weiß noch, wie das ging. Habt ihr den Strahl rübergegeben? So, nochmal hier hin. Und... Okay. Warte. Okay, Strahl ist aus. Jetzt müsste es durchfliegen noch und noch. Und dann... Müssten wir fertig scheinen mit dem Level. Wie gesagt, das ist ein länger Speedrunners gewesen, aber... Ach, jetzt war ja das gewesen. Warte. 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 Das war jetzt mies. Ich wollte ein Konto machen, aber... Warte. Oh, mein, ich habe das beim ersten Mal hinbekommen. Nein. Eine... Eine... Evolution wollte ich gerade sein. Eine Evolution der Roboter. Oh, nee, ich kenne das doch. Ähm... Die schöne Disc. Wo ist die? Ah, hier. Jetzt werden wir doch eigentlich auch nur auseinandergenommen, oder? Was ist das? Jetzt werden wir doch auseinandergenommen, oder? Sehr gut. Ihr habt wertlosen Pläne gewonnen. Wir spoilern gerade richtig dabei. Ihr müsst hierbleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Oh, ja. Erstmal mit Flamm aufgegangen, wir machen nicht. Oh, meine, wir haben jetzt wieder zurück. Die Feststehen bereit. Ja, genau. Ja, wir haben jetzt Level 2-Hermalzen geschafft gehabt. Äh... Jetzt kommt noch Level 3. Ich... würde einfach die Fall jetzt mal beenden, und wenn ich das Ganze in den Fall dann kommt, einfach mal das nächste Mal dazu, da... der Beitrag zu es steht am Amt also weiß ich um welchen Blöds zu machen die Welt er spricht schon mal rüber ich bin auch schon mal rüber ich bedanke mich noch mal schaut natürlich dabei vorbei bis nächstes Mal tschüss